Herzlich Willkommen hier im neuen Trainingszentrum in Eckersdorf, wo wir künftig die besten steirischen Installateure trainieren. Wir haben dieses Trainingszentrum ins Leben gerufen, als Teil einer großen Kampagne, um hier dem Fachkräftemangel massiv entgegenzuwirken. Die eigene priest ㅎㅎ In Leitungen aus der Kampagne zu bilden, in einem Ohrwalt, Diese Dunkelungen wurden so leicht und wirklich so leicht und soeinander. In Leitungen der Kampagne betreend, 1, 2, 3, 1. Ein großes Lob an die Steiermark, dass ihr das Ganze möglich macht. An die Firmen und an euch, dass ihr das unterstützt. Ich war selber in Abu Dhabi. Ich habe viel Gold und ihr könnt es auch bekommen. We are skills. HMWM in Graz 2020. Seid dabei. Es ist verdammt cool. Herzliche Gratulation an Innungsmeister Toni Berger und sein Team für das hervorragende Leistungs- und Ausbildungszentrum. Es sollen hier viele Meister- und Goldmedaillen produziert werden. Dafür darf ich sehr, sehr herzlich gratulieren.